Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Und dann kam Dad. In diesem Film geht es um Sebastian, gespielt von Sebastian Maniscalou, den man zum Beispiel kennt aus Somewhere in Queens. Der hat sich verliebt in Leslie, äh in Ellie, gespielt von Leslie Bip. Und Leslie Bip, die kennt man zum Beispiel aus Iron Man 2 und auch aus Iron Man 1. Und ja, die beiden möchten doch irgendwann heiraten und so. Und ja, wie das halt so ist, wenn man sich in längerer Zeit datet. Irgendwann muss man sich ja auch mal mit den Eltern treffen. Ja, der Sebastian hat einen etwas außergewöhnlichen Vater, nämlich Salvo, der halt schon seit Jahr und Tag, ja, den Namen Friseur mag er nicht, denn er ist Hairstylist. Und ähm, ja, aber er ist vom Charakter her nicht gerade einfach. Und er wird gespielt von Robert De Niro, den man zum Beispiel auch aus The Irishman kennt. Und irgendwann treffen, irgendwann sagt er dann, ja komm, lass uns doch mal mit den Eltern treffen von Ellie. Und ja, die Eltern von Ellie, die heißt, die Mutter von Ellie heißt, komischerweise, Tigger. Gespielt von Kim Cattrall, ja, die kennt man ja zum Beispiel aus dem ersten Police Academy Film oder aus der Serie Sex and the City. Und ihr Mann Bill, gespielt von David Rusche. Die Älteren unter uns kennen David Rusche wahrscheinlich noch aus, ähm, Sledgehammer. Aber man kennt ihn vielleicht auch noch aus Man in Black 3. Und die fühlen schon ein bisschen gehobeneres Leben. Also, die sind schon so mit einer eigenen, ähm, Hotelkette und sowas alles involviert. Und haben da natürlich ganz anderes Leben als Salvo und Sebastian. Aber nichtsdestotrotz versuchen die beiden bei ihren Eltern von Ellie zu punkten. Was mal mehr, mal weniger gut gelingt, denn Salvo ist wirklich schon ein ganz schwerer Charakter. Und dadurch kommt es auch immer mal wieder zu, sagen wir es mal, ungewollten Turbulenzen, wo Salvo eigentlich es ja nur gut meint, aber seine Ausführung dann doch schon wieder, ähm, ja, nicht unbedingt zu das ist, was die Leute von ihm erwarten. Ja, so ungefähr kann man das zur Story sagen. Also, es ist schon so eine, ja, man kann es sagen, Liebeskomödie oder so. Auf jeden Fall steht die Komödie da ganz stark im Vordergrund, also. Es ist so ein bisschen, also, das Salvo ist so ein bisschen, ja, so der, ähm, Arthur Spooner von Sebastian. So ungefähr nur halt nicht so aggressiv oder so, sondern wirklich mehr so, ja, anstrengend, aber auf eine andere Art und Weise. Er ist schon, manchmal würde man, möchte man ihn einfach nur den Hals umdrehen. Aber er ist eine liebenswerte Person, die er da darstellt und, ähm, er treibt den Sebastian einfach zum Wahnsinn. Er treibt ihn da manchmal wirklich zum Wahnsinn und, ähm, es ist wirklich auch eine super Chemie zwischen den Schauspielern, wie die sich da gegenseitig da teilweise in die Pfanne hauen oder auch nicht in die Pfanne hauen und was sie da auch teilweise auf Ideen kommen. Also, ich hab mich köstlich amüsiert. Außer die ganzen Nebencharaktere, die noch da auftauchen. Denn, ähm, Tiger und Bill haben tatsächlich auch noch Kinder, ja, die ein bisschen anders sind. Und, die sind dann auch von den Salvo auch natürlich ein bisschen, ja, die wissen auch nicht so ganz, was er von ihm halten soll. Manchmal sind sie da ein bisschen mehr an, angetan. An, manchmal hat Salvo auch solche kranken Ideen und, ähm, was der da teilweise macht, wo sie dann wieder ein bisschen weniger von ihm angetan sind. Und, also, Robert De Niro spielt da wirklich eine grandiose Rolle. Also, als will man sie ihn auf den Leib geschrieben hätte. Wenn man wirklich mal ein bisschen lachen will und so, dann sollte man sich den Film auf jeden Fall angucken. Ja, und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop, alles, was ihr braucht. Ja, da sind wir wieder. Also, der Film ist wirklich ein Angriff auf die Lachmuskeln. Manchmal ist der Film ein bisschen nervig. Oder beziehungsweise manchmal ist er vielleicht auch ein bisschen vorausschaubar. Aber nichtsdestotrotz, wie die ganzen Leute miteinander harmonieren. Man hat ja wirklich erfahrene Leute, erfahrene Schauspieler wie Robert De Niro, Rick Kim Cattrall oder wie David Rusche, die ja schon seit Ewigkeiten im Film- und Seriengeschäft sind. Und das sieht man in dem Film an. Da ist ja so viel Professionalität dabei. Die bringen die Charaktere so toll rüber. Das ist einfach genial. Und somit gebe ich diesem Film vier von fünf Totenköpfen. Wie gesagt, manchmal ist der Film ein bisschen, an manchen Stellen ein bisschen nervig teilweise auch. Aber manchmal auch ein bisschen vorausschaubar. Aber nichtsdestotrotz, der Film ist einfach lustig. Den Film sollte man sich auf jeden Fall angucken. Alleine schon David Rusche, den habe ich gar nicht wiedererkannt. Wie gesagt, ich kenne ihn noch aus Sledgehammer. Also, nach dem Motto, vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Genauso, das hat er damals gesagt. Mit seiner Kanone Susi. Ach, das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten. Das waren noch Serien gewesen. Da hat man sich noch was getraut. Aber nichtsdestotrotz, also der Film macht einfach Riesenspaß. Mit diesen Schauspielern dabei. Einfach genial. Ja, das war die Filmbewertung zu und dann kam Dad. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann drückt doch mal den Abo-Button. Und schaut euch auch mal meine anderen Videos an. Und natürlich schaut mal in die Videobeschreibung unten. Da sind ein paar interessante Links, durch die ihr mich unterstützen könnt. Und die für euch wahrscheinlich noch interessant sind. Also, dann würde ich mal sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.